In den Hochlagen einiger Mittelgebirge wie hier auf dem Feldberg im Schwarzwald hat es den ersten Schnee dieses Herbstes gegeben. Für Wintersport ist das pappige Weiß zwar noch zu dünn, für erste Schneemänner reicht es aber schon allemal. Für die Berggastronomie geht damit die Sommersaison allerdings nun dem sicheren Ende entgegen. Stattdessen steht in den kommenden Monaten nun wieder häufiger Schneeräumen und Eiskratzen auf dem Programm. Wie erleben Sie den ersten Schnee auf dem Feldberg? Wie finden Sie Schnee? Ja wunderbar, was die Mutter Natur uns gebe, muss man annehmen. Was haben Sie heute im Schnee schon gemacht? Ich getobt, dann einfach durchgelatscht mit dem Hund am Morgen schon. Sind Sie eher Wintermensch oder Sommermensch? Ich bin für alles auf, Dankeschön.